Hallihallo, herzlich willkommen heute zu Univerbal an Heiligabend. Ich wünsche euch erst mal ein ganz schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie und allen anderen Menschen, die ihr so lieb habt. Und was ihr allen Menschen auf der Welt so wünscht zu Weihnachten, das könnt ihr jetzt sehen. Gerade zum Fest der Liebe habt euch lieb, geht auf die Leute ein, diskutiert auch mal hart, aber tut euch nicht weh und seid einfach nicht zueinander. Nie vergessen, dass Weihnachten nicht nur um die Geschenke geht, sondern man muss die Geburt unseres Herrn und Erlöser Jesus Christus feiern. Verbringt Zeit mit eurer Familie, ich denke, das ist das Wichtigste. Also so richtig Zeit, seid nicht die ganze Zeit am Handy, das wäre wichtig zu sagen. Oder seid einfach da, nicht nur körperlich, auch geistig. Ich würde auch einfach sagen, zeigt allen, wie lieb ihr sie habt. Ihr da draußen, werft die Weihnachtsbäume auf die Straße, dass alle drüberfallen. So wie früher in der IKEA-Werbung, das war klasse. Ja, denkt nicht so sehr ans Geschenkekaufen, sondern eher an die Familie. Ich kann nur sagen, frohe Weihnachten, immer wie wir Hochschul-TV weitergucken und natürlich auch Mephisto 97.6 hören. Danke. Danke.